Meine Freunde, die sind tanzen gegangen, die haben Alkohol getrunken und ich bin um halb elf ins Bett, da habe ich auch im Bett gelegen manchmal, habe gedacht, oh, rentiert sich das? Man musste schon sehr, sehr hart an sich arbeiten, das ist klar, wenn man Ziele hat. Und so ist es auch im Leben, du kannst nie sonnen, weil die anderen lauern ja bloß drauf, dass sie eins auswischen können. Aber eins ist klar, heute Abend einen kleinen Schluck mehr trinken. Den Putz war sowieso weg, da können wir durchsaufen, da werden wir weggeputzt. Ich möchte auf alle Fälle einmal das Nationalmannschaftstrikot tragen, wenn man einmal gespielt hat, dann möchte man zehn machen und so ging es immer weiter, 25, dann 50. Und wie das geheißen hat, 1970, wo sie in Mexiko war, 74, ist in Deutschland, da arbeitest du ja nur auf 74 hin. Hau da, komm! Da ist er, komm, rech! Ich weiß nicht, wie viele Millionen Fußballer es auf der ganzen Welt gibt und elf wären es bloß. Also das ist für einen Fußballer sowieso das Größte, was man gewinnen kann. Was da in dem Moment passiert ist, wie der Schiedsrichter abgeblühten hat, das kann man nur selbst erleben. Ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter abgeblühten hat, das kann man nur auf der ganzen Welt gibt.